Du darfst diesen Mann nicht mehr treffen. Entschuldigung, ich fang nochmal an. Diesen Mann darfst du nicht mehr treffen. Johnny heißt er. Was für ein Name. Johnny, Jimmy, Timmy. Diese komischen Namen, diese Junkie-Namen. Als ich jung war, hießen Männer anders. Richtige, ordentliche Namen. Ich liebe ihn. Wie Helmut zum Beispiel. Oder... Und außerdem bin ich schwanger. Günther. Wie bitte? Schwanger. Ich bin schwanger. Oh Gott, deine arme Mutter. Zum Glück muss sie das nicht mehr erleben. Ich hasse dich. Ich hasse dich, du Alte! Sie hören dann von uns, ja? Ich bin 16 Jahre alt. Und Schauspielerin. Ich bin in mehreren Fassbinderstücken. Drehen Sie sich bitte ins Profil. Noch etwas weiter, bitte. Jetzt die andere Seite. Und die Hände. Wie bitte? Halten Sie bitte die Hände vor die Kamera. Andersrum. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin 16 Jahre alt.